OOOOH! NEIN! Nein! Ey, was tust du? Ne, vergiss es! Du Cheater, du! Das tue ich! Das akzeptiere ich nicht! So ein Scheiß-Slack für so ne dreckige Arbeit! Ne, vergiss es, da bin ich jetzt! Okay, das akzeptiere ich nicht. Du Cheater, du! Ich bin auch schon ein Bama, ob der gefolgt wird! Nein, 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 das war absolut asozial! Goddammit! Hm! Und jetzt geschwind! 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 Na los! Ah, irgendwie sind die Geister-Level immer am schwierigsten! Hm! 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 Die Gamepad-Rage! Das macht schon wieder kaputt! Jaa, es fliecht übel! Dabei sieht es eigentlich noch ganz normal aus. Ich weiß, dass es was übles ist. Ich stoße es nur leicht nach rechts, den linken Analogstick, und er bleibt hängen. Wirklich, er bleibt hängen. Rocklin' Rage! Jetzt kommen auch noch solche schwebelen Viecher. Nein, 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 ihr seid scheiße! Was? Wie bitte? Ja, dann Petri heul. Das Level ist so unverständlich, halt echt. Ich würde mich so ein bisschen... Ich würde mich nur sehr interessieren. Ich würde mich auch noch freuen. Ich würde mich auch nicht sagen. Ich würde mich auch wie ein paar Ebener machen. Ich würde mich noch nicht sagen. Ich würde mich einfach überlegen. Aber wenn man einen Bogen einfach ausfällt, ist das eigentlich ganz einfach. Ich habe sehr viel Spaß mit denen. Halt! Stopp! Aber ich glaube es nicht. Mach sie Platz! Mach sie Platz! Huh? Wo-oh-oh-oh-oh! Wo-oh-oh-oh-oh! Das Ende. Holy mo- What's this? Pew! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich habe noch einen Maoli! Ich glaube die Viecher heißen sogar Maoli! Okay, ich dachte die heißen Monty Mauro! Oh mein Gott! Ich habe sie immer Maoli gewöhnt! Ich habe sie immer Maoli gewöhnt! Midway Point! Und... Oh mein Gott! Wir reiten einen Maoli! Ja... Das ist ja voll nicht Kaiso! 3 für dich Nein, hier will ich nicht lang Nein, nein Oh doch So muss man sich die Brücken in den Leveln schon selbst bauen Wenigstens machen sie den Weg frei Oh nö Chuck & Co Ist irgendwie im Weg Chuck Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Nein Wieso bleibt er denn da stehen, ey? Nein So knapp vom Ziel Bally of Bowser Bally of Bowser Blech 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 Ah, pausier mal ganz kurz. Der Staubsauger kommt wieder näher. Er saut gerade. Blöde Frage ist, ob deine Schwester Staubsaugen würde. Die ist in Kroatien. Ach ja, stimmt ja. Probierst du nochmal. Oh, Darth Maul. Nein, was soll das? Das ging ja schnell. Ja. Nee. Weil er die sich alle entcheatet hat, ja? Was entcheatet? Ich weiß einfach nur, wie man an dein Leben kommt. Ach, hast du das mit einem Panzertrick gemacht? Doch, Panzertrick. Ist doch nicht Kaiso-mäßig. Ne, viel cooler. Was heißt cooler? Du hast dich in das Level gestellt und bist mit einem Stern rumgelaufen. Ja und? Das funktioniert. Und dann zehnmal an dem scheiß Hammerverreck, damit du nochmal von dem Midwaypoint anfangen kannst. Ey, dass ich vom Hammerverreck form bin, das war keine Absicht. Ja, 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 ja. Du warst Klinik, du hast Schweren noch nie erlebt. Ja. Und du bist dann bei einem Hammertypen korrekt. Und hast dadurch, in der wir vom Midwaypoint anfangen können, dadurch aber mehr Leben bekommen hast, als du verloren hast. Ja. Cool. Okay, das ist echt schon fast gecheatet. Nö. Und es... Nein. Solange es mir das Spiel überhaupt anbietet, ist das kein Cheat. Also, ich möchte dir das immer klarstellen, ja? Um eine Unschuldigkeit zu beweisen. Oh, ein Unschuldig. Hast du es gehört? Er ist so Unschuldig wie... Wie... Peach. Nö. Das ist ein blöder Vergleich. Nice. Wo ist überhaupt der Ausgang? Unten. Unten. Oh! Na, na. Wall Jump. Geht nicht. Es gibt keinen Wall Jump. Was? Secret Exists. Secret Exists. Ne. Besser. Ja. Der hat doch schon überhaupt kein Leben oder sowas, ne? Das ist immer unterschiedlich. Manchmal kriegt er immer alle Leben. Und manchmal kriege ich immer alle Leben. Ach, der braucht doch kein Leben. Wozu? Er ist so, ne? Ja, genau. Er ist so, ne? Master. Er braucht ja weniger Leben. Nicht ihren Master. Er ist immer ein Master. Er braucht sie einfach nicht. Ja, siehst du wie er durch... Wow. Das war gut. So geht es. Jawohl. Gut. 2, 1, 1. Moment. Das Level sieht gut aus. Verdammt. Nein. Er sieht scheiße aus. Mit dem Anlauf? Ich warte. Safe State? Ja, wir machen beide Safe States, weil man nie weiß, wann das Spiel einmal aus irgendwelchen Gründen abschmieren könnte. Ach so. Oder wann er sich von Lex gepeinigt fühlt und nochmal anfangen will. Ey, es war mies. Was denn? Nichts. Absolut. Direkt rein. Peng. Checkpoint. Oh, super. Jetzt weiß ich auch schon, was der Secret Exit ist. Ja. Was sind das? Das sind Engelsflügel für Yoshi. Ah, und da hätte man mal warten sollen. Ja. Ja. Theoretisch. Ach, wir sind Speedrunner, wir rennen durch. Nein. Nicht, dass er ihn brauchen würde oder so, aber... Ah, verstehe. Oh, verdammt. Was? Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ja, hättest du mal gewartet. Okay, das war offensichtlich. Na, dem ich... Weißt du, von den ganzen Devils, da sieht nur das Boogeist aus noch am schlimmsten aus. Die müssen immer scheiße. Das finde ich so lustig. In dem Spiel sieht die Luigi eigentlich nur aus wie Mario und Grün. Was ich eigentlich am dreistesten finde, ist wenn ich eins der Schlösser geschafft habe, steht immer, dass Mario es geschafft hat. Aber ich lese immer als Luigi vor. Ja, 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 ja. Oh, du. Cheater, du. Da steht ja eigentlich Mario. Ja, aber wenn Luigi, man sieht sogar über meine Lebensanzahl, Luigi steht, habe ich sie gesehen. Das ist nicht relevant. Natürlich. Siehst du, mir wird zugestimmt. Das ist nicht relevant und du stirbst. Ja, super. Ich hasse das Level. Wir hätten es nach oben nochmal gewusst. Der Lage ist. Der Lage ist.